Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play on the 2. Wir stehen heute auf Arlheim-Lauensbach, updated, fahren Linie 28 zur Parkstraße mit einem O405G und mit dabei ist der Tim. Hallo. Moin moin. Ja, so, also, ja, wir können mal direkt anfangen. Wollen wir Abfahrt oder? Machen wir Abfahrt, jawohl. Ja, moin, ich muss, warte mal. Ja, fehlt dabei, oh, jetzt Loding AI, oh Gott, alle. Es geht so weiter, wie ich es aufgehört habe. Es geht so weiter, wie es aufgehört hat. Ja. Spaß. Es geht los. Oder auch nicht. Falls ich mich auf der Schnupf anhöre und krank, ja, ich bin krank. Ich habe Schnupf und ich fühle mich nicht gut. Aber es muss dann mal wieder ein neues Video kommen. Äh, ja. Falls ich heute irgendwie huste oder man hört, wie ich meine Nase aufziehe, ich bitte das zu entschuldigen, aber es geht heute nicht anders. Tut mir leid. So, um sie. Loding AI, wann denn? Morgen oder auch noch heute? Aber Bescheid, wenn du so weit bist. Ja, das dauert noch. Da kann sie sicher sein. Okay. Ich habe auch Angst, irgendwas zu drücken, weil dann das Spielsafe abschließt. Näh, lieber nichts drücken. Nee. Bei der Balken bewegt sich halt nicht, das halt komisch. Da geht es schon gleich weiter. Trinken wir erst mal einen Schluck. Aha. Einmal kurz auf Pause. Schauen wir die Zeit nochmal vor. Und zwar auf 8 Uhr 16. Ja, Fehler bei Bereitsprüfung ist gut. Gut, so, und. Abfahrt oder so? Hä? Wer soll das denn losgehen? Du, von mir aus, ich warte nur. Ja, ja, die Frage ist. Ah, jetzt hat er, jetzt hat er das verstanden, die, 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 die Dings. Ja, Abfahrt. Okay. Auf geht's. Also, was neu ist. Mit nicht sehr guten Frames, aber was soll man machen? Ich habe hier mehrere Sachen probiert, irgendwie liegt es an der Map. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe das verlernt, wie das geht. Ich kann das nicht mehr. Wie nimmt man Let's Place auf? Man sollte kommentieren, äh, wie geht das wohl? Da, naja, wir, ich habe gedacht, wir fahren heute mal AGG, äh, nein. Kein AGG. Sieh, da geht es weiter. Ich habe gedacht, wir fahren heute mal O4 oder 5, weil alle ja gesagt haben, äh, AGG ist heiß, wir wollen mal was anderes ziehen. Äh, äh. Und deswegen habe ich gedacht, dann fahren wir mal was ganz anderes. Nicht ein O4 oder 5er. Eigentlich können wir Innenraum nicht auch ausmachen. Komm mal, oin, hat der gut geklappt mit dem Schalter. Brauchen wir nicht. Brauchen wir das Licht vorne? Eigentlich auch nicht, ne? Nee, ist schon hell, passt schon. Ja, warum das jetzt irgendwie nicht so flüssig läuft, das, äh, muss ich zugeben, weiß ich auch nicht. Da muss ich mich auch mal dran setzen, weil um sie in letzter Zeit irgendwie nicht mehr so schnieke läuft, muss ich sagen. Nee, nicht wirklich. Mach mal die auch nicht? Es war schon mal schneller, sagen wir es mal so. Und flüssiger auch. Ja. Ja, aber ich hoffe, ihr freut euch, dass ein neues Video mal wieder kommt. Äh, okay. Hauptsache, das Ansagenklingel kam, aber es wurde keine Ansage abgespielt. Okay. Äh, ja. Und ich verspreche euch, in einer der nächsten Videos fahren wir wieder AGG, damit es wieder so ist wie früher. Da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Aber das hier ist auch ein sehr schöner Busser. Ich finde, den kann man auch sehr gut fahren. Obwohl er kein VDV hat. Das ist wahr, er hat kein VDV, weswegen ich ihn ja eigentlich nicht mögen dürfte. Aber, das VÖV ist dafür so schön umgesetzt, dass ich das verkrafte. Es geht ja nicht unbedingt darum, dass es immer VDV sein muss. Es geht darum, dass das Cockpit schön aussehen muss. Das ist leider nicht bei so vielen... Osterfeld. Aha, jetzt kam die Ansage. Bei so vielen Bussen gegeben, leider. Gut, sie hat auch nur Osterfeld gesagt und nicht Osterfeld der Markt. Aber das wird oben angezeigt, also scheint es ja wohl zu stimmen. Oh Gott, was ist das denn hier für eine Ansicht? Boah. Alter, was passiert? Hat er eine Innenanzeige, das Ding? Nö. Okay. Bestimmt nur so ein Stopp-Neuchter oder so. Ja, ja, ist so. Dann ist es sowieso egal, was die Tante sagt. Aber Hauptsache in der automatischen Haltestellenfortschaltung. Mit so einem Touchdrucker drin, aber nicht mal eine Innenanzeige. Okay. Hier kann man richtig schön entspannt mit 30 Langcruisen. Ja, ich hab gedacht, die Linie ist ganz schön. Da fährt man so ein bisschen durch kleinere Gäste, ein bisschen überlanden, ein bisschen in der City. Ja, so viel überlanden ist es ja nicht. Hä, Herr Jamon, jetzt hat sie nächstes gesagt und dann hat es wieder abgebrochen, die Ansage. Irgendwas stimmt nicht mit dem Drucker. Oder mit der Karte, ich weiß nicht genau. Naja, egal. Jetzt hat sie wieder nur nächst gesagt. Es hat wieder aufgehört, die Ansage abzuspielen. Kann man das irgendwie ausstellen bei dem Touchdrucker, dass die Haltestellenfortschaltung... Die Linienwechsel kann ich machen, aber das bringt mir ja nichts. Menü, jetzt bin ich wieder im Hauptmenü, okay. Meldung. Muss ja eine Linie eingeben. Nächster Halt, Biermannstraße. Oh ja, mal sehen, was passiert. Ich hab sie jetzt nochmal neu eingegeben, die hier mal gucken. Aber Biermannstraße ist richtig. Das sucht ihr anscheinend auch automatisch raus. So, die Sicht ist mir ein bisschen niedrig. Aber das kann ich mit der Maus ganz einfach einen Ticken hochstellen, was? Oh ja. Tim, den hast du sehr schön umgebaut. Das ist vorneweg, dass er dir gefällt. Was heißt umgebaut, aber den Stern rein und so. Heller Innenraum. Wie packt das schon wieder hier? Heller Innenraum? Ja, stimmt. Heller Innenraum. Und auch mit den... Hast du auch die Texturen verändert beim Dashboard? Ja, die sind auch, halt. Ja, ne? Es sieht alles schöner aus. Also das gefällt mir so. Das sieht sehr, sehr schön aus, so. Wir hatten ja alle 95, glaube ich, dieses Upgrade von diesem braunen Innenraum, diesem hellgrauen. Zum Beispiel, ganz hellgrau ist es ja nicht, aber weiß schon, was ich meine. Ja, ja. Hat er das mit der Freigabe... Ah, ne, hat er nicht. Okay. So, was war... Ach so, weil, genau. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Tim hat hier nämlich auch einen anderen Drucker reingemacht. Kogel-Ticket-Maschine, nämlich den hier. Vielleicht liegt es daran, dass der das nicht gerne mag. So, wie ging das hier? Linie 0, 2, 8... Hä? Hallo? Wie bei jedem anderen Drucker eigentlich auch. 0, 2, 8, 0, 0. Wie hat man hier nochmal auf Bestätigen gedrückt? Das weiß ich. Ja, habe ich mal vergessen. Eingabe? Oder war das da oben in der Ecke? Die Eingabe? Die Auslösen oder so. Guck, versuch ich mal Fahrt. 0, 2, 2. Ja, Auslösen muss man drücken. Mein Umsatz hat gerade den Nachlader des Todes. Da geht gerade gar nichts mehr. So, das ist jetzt die nächste Eintestelle. Mal gucken. Mal gucken, ob es trotzdem sinnvoll ist. Ich weiß nicht, ob der auch automatisch weiterschaltet. Das kann sein, dass er es nicht macht. Müsste da eigentlich. Wenn ich jetzt eine zu weit, dann müsste ich irgendwie das wieder zurückstellen. Alte Stelle rück. Aha. Kein Problem. Timi, kein Problem. Was hat der hier eigentlich so für Knüpfe? Das habe ich mir noch nie angeguckt. Das machen wir mal an. Retarder, direkt, Motorbremsen, irgendwas. Keine Ahnung. Ja, gut. Das ist mir relativ egal. So, jetzt kommt ein kleiner Überlandabschnitt. Bist du schon bei den Gleisen, oder? Ja, ich bin gerade rechts rausgefahren. Okay. Mal gucken, ob das mit dem geht, wer weiß. Das sehen wir ja gleich. Das Einzige, was sich bei dem nervt, irgendwie kommt immer so ein Klanggeräusch, sobald man das Gaspedal loslässt oder bremst. Ist das das Gaspedalgeräusch selber? Meinst du ein komisches Geräusch, so Gangbruch oder so? Ja, ja, vielleicht ist das Gaspedalgeräusch normal beim Brot genutzt. Ja, aber das nervt, weil sobald man das Gaspedal ein bisschen andrückt, kommt dieses Geräusch. Aber egal. Aber soweit ich weiß, es ist normal. Ja, ja, denke ich auch mal. Moin. Wollte nicht mal hallo sagen, du, die, die alte Kuh. Ja, ist das Ganggeräusch. Ich glaube Gangbruch heißt das einfach nicht. Ja, ja, ist es auch, weil das kommt nicht, nicht direkt, wenn man das Gaspedal drückt, sondern bei bestimmten Geschwindigkeiten. Ah, man, jetzt ist hier auch noch die Sonne. Ich bin irgendwann ja auch mal wieder mit der Navigation spielen. Fällt mir gar nicht. Äh, mit Tracker, ja, das habe ich mir extra gekauft. Oh, oh, KI-Bus. Ah, KI-Bus. Hallo. Ah, der fährt auch Gelenkbus. Also stimmt es anscheinend, dass wir hier Gelenkbus fahren sollen. Da gibt es trotzdem ein paar enge Stellen bei der Linie. Ja, aber ist ja das Spannende. Bestimmt, ja. Musst du zugeben, ich sehe jetzt bei den Menschenmengen jetzt nicht den Sinn, aber okay. Doch, es geht. Da braucht es nicht, aber es geht. Was machst du? Du willst doch bestimmt mit. Ach, das ist eine Haltestelle quer und die steht auf der Straße. Okay. Ich bin gefühlt vielleicht momentan nur noch C2. Nun fährst C2? Nein, also jetzt echt. Bei mir drauf. Bei dir sind ja auch nur C2 fast. Ich auch. Der hat mal nachgefunden, der größte Teil ist immer noch facelift, aber gefühlt sich überhaupt keinen mehr. Irgendwie schaltet der die Ansage jetzt immer doppelt weiter. Also, es bimmelt, dann sagt sie nächster Halt, dann bimmelt es nochmal, sie sagt nächster Halt und dann kommt die richtige Haltestelle. Also irgendwas stimmt da irgendwie, weiß ich nicht. Egal, kann man überleben. Das hatte ich zwar noch nicht, aber okay. Ja, ich auch noch nicht, deswegen, entweder links an der Karte oder irgendwas backt gerade, weiß ich auch nicht. Egal, alles gut. Das ist halt oben hier. Ja. Gott, hier ist jetzt aber gerade mal der Nachlader des Todes. Alter, hier ist die FPS ja mal richtig scheiße. Gut, jetzt geht hier gerade die Motor-Kontrollleuchte an, oder was ist das? Die zwei Zahnräder mit dem Pfeil drüber? Keine Ahnung, geht bestimmt gleich wieder aus. Ja, ist jetzt wieder aus. Hier will gar keiner mit. Oder der lässt mich sogar rein, das war nett von dem. Wo bist du gerade? Karstenstraße gleich. Ah, okay. Das ist auch eine komische Haltestelle, Alter. Hier fahre ich auch fast jedes Mal vorbei. Mach doch mal lieber Licht an. So ähnlich wie der festen Asphalt oder den Rädern. Hallo, Türtaste, aha, danke schön. Oh, doch einer mit. Moin. 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 Okay, und du stempelst da ab, obwohl da gar kein Inverter hängt. Okay. Ja, gut. Das zeigt Zukunftstechnik. Bestimmt kann man den auch an- und ausmachen bei dem Bus hier, weiß ich gar nicht. Kann ja gut sein. Nächste Halt. Robertstraße. Robertstraße. Ich hab mal wieder Nachbarer geprugelt. Aha, ich auch. Hab ich die ganze Zeit auch. Wie lange fahren wir eigentlich noch, war nicht mehr so lange, oder? So lange war die Linie doch gar nicht. Wer guckt immer denn? Da täuscht ich mich da gerade. Aber gerade kurz ist sie nicht. Kann ja vielleicht mal gucken, wie lang die ist. Oh, oh nee, du hast recht, die ist schon los. Die ist? Ja, ja. Wir fahren ums Viertel nach los und sind um 9 Uhr da. Okay, gut, dann dauert sie 45 Minuten. Geil. Wo sind wir denn gerade? Wo bin ich denn gerade? Ich bin gerade Robertstraße, hab ich gesagt. Jo, ist hier 30, also noch eine halbe Stunde. Gott. Ich hab schon wieder 2 Minuten für früh. Ich seh's ja auf meinem Drucker nicht, ich hab keine Ahnung. Ich hab 1,5, ich stell dir mal vor. Hab ich auch gerade gemacht. So, der lässt sich das Problem raus. Ich hab wieder Loading AI. Wenn man P drückt, dann kommt das nicht. Ich weiß auch, ich vergesse das immer, weil ich verplant bin. Und wieder noch mal gerufen. Noch mal wieder schön, so ein Ding zu fahren. Der hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Der ist eigentlich echt, echt ein schöner Bus, muss man sagen. Weil das VEV ist gut gelöst. Oder gut umgesetzt. Der Bus an sich sieht gut aus. Jetzt durch dich halt dann auch den schönen Stern. Einkommen am Laterberg. Okay, was war das? Jetzt kam... Das war gerade ein Bug, okay. Und so mit den neuen Texturen, dem Stern und so, den angepassten Sichten, das sieht echt gut aus. Den kann man gut fahren, Tim. Sehr schön. Danke dir. Ich bin den auch schon lange nicht mehr befahren, den Wagen. Er ist auch einer, den man irgendwie nicht so oft fährt, leider. Aber an sich ein schönes Ding. Eben, es ist ein schöner Wagen, aber trotzdem, irgendwie reizt er eigentlich so sehr. Das stimmt, das weiß ich auch nicht, warum. Aber es gibt eigentlich kaum Sachen, die man so großartig bemängeln kann. Das ist jetzt auch ein bisschen komisch, ey. Oh, scheiße, es ist ja schon wieder 20.23 Uhr, Alter. Jetzt noch fast eine halbe Stunde, boah. Nächster Halt, Friedbergstraße. Ich bin der Späte als gedacht. Ja. Wie immer, ich bei uns. Jetzt sind die FPS hier gerade aber richtig im Keller, Alter. Beide hoch sind meiner auch nicht. Nee, hier war es auch ohne Aufnahme, das weiß ich auch von letztem Mal. Hier war die Stelle, wo es auch ohne Aufnahme geruckelt hat. Hört aber gleich wieder auf. Ich verstehe auch nicht, warum Omzi damit nicht klarkommt, Alter. Ich habe so einen guten PC eigentlich, womit man echt alles aufnehmen kann ohne Probleme. Ohne, dass es leckt. Aber Omzi leckt einfach auch ohne Aufnahme. Und dann, sobald Aufnahme dazukommt, geht es gar nicht mehr. Obwohl die Systemauslastung nicht wirklich hoch ist. Das macht gar keinen Sinn. Aber es ist einfach schlecht programmiert. Ja, deswegen freue ich mich schon auf den Lotus-Teil mit Bussen, Alter. Solange das besser wird. Ja, glaube ich schon. Lotus-Straßenbahn funktioniert ja bisher auch ganz gut. Ja, auf einer Minimap. Ja, das stimmt auch wieder. Wo man mit einem Kreis fahren kann. Also wirklich viel hat man das Spiel ja auch noch nicht ausgereizt. Das ist wahr. Weil in Grunendorf wirft auch flüssig. Das stimmt wohl. Nies? Nies? Was wärst du eigentlich jetzt gerade? Ah, das sind knappopäste Knaubobahn-Versionen. Ah, okay. Also festgehe. Ja, ja, das hab ich mir schon gedacht. Das ist auch schon lange nicht mehr gefallen. Können wir nochmal wieder machen. No. Nein, das zahlt aber eh viel immer ein bei uns. Ja, das stimmt. Aber da sind wir gerade von abgefuckt. Wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann... Aber dann werden wir wieder glücklich sein. Dann fährst du sowieso nichts anderes mehr. Das könnte sein. Finde ich doch. Ach ja. Und dann fährst du sowieso. Und dann fährst du sowieso. Und dann fährst du sowieso nicht mehr. Ok. Hast du das nicht gehört? Ne, hab ich nicht. Ok. Manchmal macht mein Lenkrad ja so komische Geräusche. Ich weiß auch nicht warum. Das muss dann in einer bestimmten Stellung sein, wo das Force Feedback dann reinhaut und dann sozusagen das Holz an dem Lenkrad. Hallo. Ich irgendwie bewege. Nächster Halt ist der neue Platte. Boah, ist der Scheiße. Gut, dass ich Kollision aus hatte. Der hätte mich grad absolut weggerannt. Fahr mit Kollision. Mal gucken, ob das gut geht. Will's nicht. Deswegen hab ich mir das gleich geschenkt. So, jetzt guck ich mal, ob ich das irgendwie ausmachen kann hier. Ne, kann man nicht. Weil bei dem Drucker könnte ich's ja theoretisch auch weglassen. Dann könnte ich auch einfach Linie 000 reintun. Draußen zeigt der mit dem I bis oben an, was auch richtig komisch ist. So, dann haben wir zwar keine Ansagen mehr, aber dann dödelt der wenigstens nicht immer alles doppelt runter. Das nervt ja auch. Bei so nem Bus ist das nicht so schlimm, wenn es mal keine Ansagen gibt. Ne, das stimmt wirklich. Bei dem ist es eher üblich, dass es keine Ansagen gibt. Ja, jedenfalls kein Verband. Das stimmt, ja. Doch, doch, ist ein schönes Fahrzeug. Hallo. Hoi. Nee. Mann kennt wie jetzt mal... ...aufnahmen mituberten. Tim sagt einmal Hallo, dann nichts mehr. Ich glaube da, weil ich auf der Fernse algunos nichts gesagt hab, richtig. Nein, hast du ja auch nicht. ja nicht wirklich nur so ist er die V-Bahn-Facelift das einzige was bisher von dir bisher heute gehört habe ich bin richtig durch, Alter, meinen Schultag heute, das war war wieder anstrengend wenn man eh krank ist, sowieso kann ich gar nicht mehr mitzubehalten, dann können wir ja, ich will mir fällt aber auch gar nichts ein, worüber man reden könnte ja, ich auch nicht darüber haben wir uns zwei Gedanken machen sollen ja, man kennt das ja bei uns beiden, das funktioniert nicht was kommen denn demnächst so für Addons raus? die Addons auflisten, die eher nicht rauskommen werden ja, also Ubino 2, da bin ich mir nicht so sicher, von Chris Lee lange nichts mehr von gehört lange nichts mehr von gehört C2-Stadbus-Familie, absolut lange nichts mehr von gehört bin ich auch langsam so weit, dass ich nicht mehr dran glaube, dass das überhaupt irgendwann mal passieren wird ich glaube, über London brauchen wir gar nicht reden das ist schon seit drei Jahren verschoben ich glaube, da rechnet irgendwie keiner mehr mit, dass das rauskommt an München glaube ich auch ehrlich gesagt nicht so an München, ja, genau, das ist das, da stehe ich so ein bisschen auf der Kippe weil an sich die Map sieht gut aus nur bei Bus... aber sie haben keinen richtigen Bus genau, sie haben keinen Bus, weil der Bus-Ersteller wie in jedem Addon immer beim Bus irgendeine abspringt oder so, weswegen sich das alles immer um zehn Jahre verzögert gleiche Problem ist auch beim C2 ja, der Skripte ist abgesprungen, C2 wird nicht fertig München, der Bus-Ersteller ist abgesprungen, wird nicht fertig obwohl der Bus ja sogar schon weit, also der war ja schon nicht mal mehr, dass man sagt, der ist noch im ganz frühen Stadium sondern der Bus, der da schon zu sehen war, jetzt nicht mehr, weil er halt nicht mehr dabei sein wird von dem Ersteller, sah echt schon gar nicht schlecht aus muss man sagen gut, und das einzige Bild, was man vom neuen Bus sieht ist irgend so ein Modell, was so aus, als hätte es eine halbe Stunde gedauert wollen wir überhaupt irgendwas zeigen zu können ja, wo nichts dran zu sehen ist, außer ein bisschen von der Außenhülle wo möchtest du mit? nö, gut, dann fahr ich weiter ah, wo bist du schon? ich bin jetzt gleich Traunsteinstraße ah, das Ansagen-Bimmel kommt immer noch, aber keine Ansage mehr, okay gut du bist sieben halb Stellen vor mir sieben? ja Digga, wie langsam fährst du denn? ich sag doch, FaceTap ist nicht so das Kraftpaket wobei, so schnell fahr ich heute gar nicht gut, ich fahr nicht mega lang ich hab auch die ganze Zeit verfrühen, deswegen frage ich mich, wie du fährst ich weiß nicht mal, wie viel verfrühen ich hab, weil ich sehe das ja nicht das kann ich jetzt vielleicht mal nachgucken jetzt Traunsteinstraße Traunsteinstraße Tee, da, 47, es ist Autoschrift Z 41, okay da stelle ich dann mal 6 Minuten vor alles klar so komisch und schon sind es so noch 13 Minuten, bis die Linie schon wieder vorbei ist deswegen aber schnell also, weil ursprünglich haben wir angefangen mit um 9 ist es fertig, jetzt 13 Minuten dazu ist einfach ist einfach fast viertel vor 0 Rakete, Alter ja ... ... ... ... ... ... Ah, ich sehe die Endhaltestelle schon. Die Endhaltestelle ist richtig komisch gemacht, Alter. Ich fahre gerade in diesen Bogen rein, wo man so einen Kringel macht. Dann fahren wir zurück an der Endhaltestelle vorbei, hoch die Straße drehen um, fahren wieder zurück, die gleiche Straße und da ist dann die Endhaltestelle. Also das ist ein bisschen komisch gemacht, dass die Endhaltestelle nicht am Ende der Straße ist, sondern dass man die doppelt fährt sozusagen. Hallo. Ja. Aber gut. Ach, du wirst doch mit. Hallo. Kommen Sie rein. Moin. Dann sag mir halt nicht hallo, dumme Frunzel. Lässt du mich jetzt rein nicht? Gut, dann fahr auch. Ich bin immer noch mitten in der Innenstadt. Äh, das ist eh, wenn ich an der Endhaltestelle bin, das fängst du nicht mal mit dem Kringel an, Lull. Wahrscheinlich wird es so sein. Ja, aber ich sehe schon den Kopf. So, jetzt auch das wahrscheinlich erst mal 10 Minuten, bis ich über die Kreuzung rüber bin, weil hier absolut gerade Verkehrschaos ist. Ist auch eine Wasserski-Anlage links? Ach ja, gut, da hinten heißt ja auch eine Haltestelle der Wasserski-Anlage. Gut, dann wird das nur eine sein. Ich habe nichts gesagt. Sehr gut, Leon. Aber ich habe es erkannt. Guck mal. Hat er also gut gebaut. Och, das ist ein schönes Fahrzeug. Warum bin ich den denn noch nicht gefahren? So oft. Ich bin ja erst einmal gefahren, seitdem du mir ihn geschickt hast. Und da hat er mir irgendwie gar nicht so viel Spaß gemacht. Aber jetzt würde ich sagen, es ist ein echt geiles Ding. Ich glaube einfach, ich habe ihn um sie so wenig zu tun im Moment oder so wenig, was ich denke, das finde ich einfach alles gern, was ich mir abwechselnd so ist. Ich bin selbst, habe ich dir erzählt, ich bin vorgestern Setra gefahren. Obwohl ich Setra eigentlich doof finde, weil ich dieses Dashboard hässlich finde von LND. Nicht, weil er es schlecht umgesetzt hat, sondern weil es einfach kacke finde. So auch in echt, ich mag das einfach nicht. Aber selbst den bin ich gefahren, als Schaltwagen. Ich glaube, ich bin echt krank. Ich glaube, man merkt das. Weil ich gerade sage, irgendwie, soll ich Doktor holen oder so? Ja, ich gehe mal um zum Doktor, Alter. Wenn das nicht besser wäre, ich werde gleich mal Fieber messen, weil irgendwie das kann nicht sein. Ich habe seit letztem Samstag, habe ich megadolle Schnupfen für mich, megakacke. Und heute ist schon Mittwoch. Und wenn das morgen am Donnerstag immer noch nicht besser ist, Alter, dann überlege ich wirklich, ob ich dann zum Arzt gehe und sage, nee, dann macht es ja auch keinen Sinn so, weißt du? Weil bei der Arbeit, da schnodere ich alle voll, Alter. Den geht das auf den Sack und ich will die nicht noch anstecken. Das wäre auch scheiße. Und wenn es irgendwie, jetzt sind Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, das sind fünf Tage, wenn es dann immer noch nicht besser wird, ich glaube, dann sollte man sich vielleicht auch mal zum Arzt gehen und sich eine Auszeit gönnen, sage ich mal. Also, oder was heißt eine Auszeit, ist falsch gesagt, aber vielleicht auch wirklich dann sagen, jo, ich bin wirklich krank und mal im Bett liegen und das auskurieren, weil irgendwie, das bringt es ja nicht. Muss ich mal gucken, wie es mir morgen früh geht. Vielleicht gehe ich auch wieder zur Arbeit, habe ich bisher ja auch immer gemacht, aber weiß ich nicht. Nach fünf Tagen Erkältung ohne irgendein Anzeichen, dass es besser wird, sondern eher schlechter. Heute ist mein Kopf nämlich wärmer als den letzten Tagen. Ich muss gleich mal, wie gesagt, Fieber messen. Und ich fange heute auch noch an zu husten. Also, ich glaube, das macht dann echt keinen Sinn, zur Arbeit zu gehen. Nicht wirklich. Aber gut, ich wollte unbedingt noch, ich habe gedacht, wenn ich Montag hingehe, habe ich gedacht, ah, dann schreibt sie mich wieder eine Woche krank. Das wäre auch kacke. Weil dann verpasst man so viel, sage ich immer, oder in der Arbeit ist man wieder lange nicht da. Dann Dienstag habe ich gedacht, ah, naja, es geht. Irgendwie schaffe ich das schon. Da habe ich eine Grippe aufs Tat genommen und gedacht, ah, das ist ja besser. Aber leider wurde es, nachdem die Wirkung nachgelassen hat, nicht besser. Dann habe ich gedacht, so Mittwoch, also heute, das ist Schule. Das darfst du erst nicht verpassen, weil es wichtig ist. Bald stehen die Klausuren an. Die wurden heute auch gesagt, die Termine. Die sind auch in zwei, drei Wochen alle. Das wollte ich nicht verpassen, die Termine und was drankommt und so. Und was wir heute gemacht haben. Und ja, wie gesagt, dann gehe ich da vielleicht morgen mal hin. Und wenn ihr denn sagt, Donnerstag und Freitag, dann ist das halt so. Warum sind alle Omtie-Auf-Fahrer so strotdumm? Das macht einfach keinen Spaß mehr. Deswegen Kollision aus. Weil es ist so unrealistisch. Dann fach ich von alleine schon unprosichtiger und unrealistischer. Ja, ich weiß, dass ich schlecht fahre momentan. Das geht einfach nicht anders. So, hallo. Ich hatte kurz einmal Besuch. Den musste ich einmal kurz wegschicken. Auch gut. Was soll ich machen? Das stimmt. Was soll ich fragen, warum hier ein anderer Tacho drin ist als sonst? Das ist der, den ich als erstes hatte. Den habe ich als Test mal da reingemacht. Aber das, was ich getestet habe, das war egal. Das nur getestet. Ja, nix. Also nein, ich hatte, das Ding war, der Tacho flippt ja manchmal so aus und geht nie runter auf Null. Ich habe mal irgendwo ein Video gesehen, wenn man da einen Schalter mit Beleuchtung zwischenmacht, dann soll das wohl genau der Widerstand sein, dass das aufhört. Aber das hat nicht funktioniert. Deswegen habe ich den Tacho mal reingemacht, ob das damit funktioniert. Damit funktioniert es auch nicht. Also, ja, entweder war das einfach so, dass das der Schalter nicht ging oder dass das einfach nicht stimmte. Oder es ist einer der alten Schalter gewesen, die der dazwischen hatte, glaube ich, weswegen das auch deswegen nicht funktionieren könnte. Da muss ich auch nochmal gucken, wie man das irgendwie vielleicht hinbekommt. Das ist es auch immer wieder. Also, das ist ein Schalter. Aber das ist ein Schalter. Das ist so schade. Das ist ein Schalter. Das ist ein Schalter. Da rein, kann er raus. Ja, und wie gesagt, vielleicht werden wir nächstes Video mal C2 fahren oder, wie man es kennt, AGG. Aber glaubt mir, beim AGG wird was anders sein als sonst. Da habe ich nämlich die letzten Wochen ein bisschen dran gebastelt und, ja, wie ich finde, ist es eine schöne Veränderung. Das kann ich so bestätigen, ja. Das kannst du so bestätigen. So, was machst du jetzt? Du bleibst mit mir in der Einfahrt stehen. Ah. Danke. Ja, eine große Veränderung, die man die ganze Zeit sieht im Bild und die das Fahrzeug deutlich schöner macht, wie ich finde. Dieser Kringel ist sowieso bescheuert, Alter, weil nie einer mehr im Bus drinnen sitzt und nie einer hier oben einsteigt. Es ist völlig bescheuert, hier oben langzufahren bei diesem Planetario, Alter. Bei diesem Planetario, Alter. Ich hoffe, man hört meine Grad nicht zu doll. Nein, alles gut. So, nächste Haltestelle. Endhaltestelle, glaube ich. Bei mir ist sie noch nicht mal oben angezeigt. Ja, ich bin halt ein bisschen flotter als du, das weißt du doch. Ein bisschen ist gut. Ja, Gas, du musst auch mal die Power ausnutzen von dem Ding. Glaub ich, ich habe schon wieder viel mit Verfrühungen oder so. So, gut, da haben wir mal einfach eine Viertelstunde abgekürzt, fast. Oh. Muss auch mal Gas geben. Du bist echt einer. Ausnutzen, was das Ding kann. Stimmt. Mit dem ZF kommt man halt gut voran. Ja. Oh, hier sind die FPS jetzt ja mal wieder richtig on point, Alter. In diese Richtung. So, Endhaltestelle. So. Ja, dann, äh, sag ich jetzt schon mal tschüss oder was? Oder, ja, weil jetzt, ja, wenn du durch bist. Bist du da, es ist auch Schwachsinn, würde ich sagen, oder? Das macht keinen Sinn, nee. Machen wir einmal Licht aus. Also, ich habe gesagt, Licht aus. Ich habe gesagt, Licht aus. So, Licht aus, gut. Dann gucken wir mal es sonst noch was an. Nö. Die Tür hinten kann zu, Freigabe kann raus. Dann, kann die Zündung aus. Achso, Blinkerhebel noch aus. Ja, dann steigen wir mal aus und machen hier die Klappe dicht. Zack. So. Ah, ja, okay, gut, da, äh, funktioniert nur der erste Türflügel. Okay, und der ist drucklos. Das soll ja bestimmt auch nicht so. Nur diese Dinge, das macht keinen Spaß. Warum? Mir ist ja zum fünften Mal einer an die Seite reingefahren. Okay, dann muss, hä? Ich bin aber auch nicht ohne Kollision. Das ist so herausforderungslos. Ich bin da unten passiert gar nichts bei dem Ding. Nach oben. Ah, nach oben geht nur der erste Türflügel auf. Hallo. Jetzt geht der andere auf. Ich bin überfordert. Der Türflügel sperre. Ja, aber irgendwie funktioniert die nicht. Man kann die nämlich in beide Richtungen drücken, aber nie wird der Türflügel gesperrt, der da drauf steht. Okay, und ich glaube, jetzt ist die Druckluft alle. Ah, jetzt auf einmal, wenn man den nochmal drückt. Hä? Okay. Egal, so, dann machen wir einmal hier. Ich muss noch einmal Motor anmachen, weil der sonst nicht damit klarkommt. Ah, nee, muss ich doch gar nicht. Aus. So, dann machen wir jetzt einmal so die Tür zu. Aha, jetzt geht's so. Gut. So, zack. Das war mega unnötig, ich das ändern. Das ist mir völlig egal. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nachmittag, was auch immer. Wann auch immer ihr das Video guckt, lasst so ein Like, dass euch das gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, dann drückt ihr auch am besten auf die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich streame oder ein Video lade oder was auch immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten, hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ja, bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.